Alles da rein. Was war da, Braut? Ja, ich will nicht ein Zombie brennen. So. What? Von wo wurde ich besch... Ach, von da oben. Okay. Ein Heiler, der will mich angreifen. Ich glaube, der nicht. Bestimmt hielt der mich dabei nur. Junge, hier sind aber viele. Und ich kann nicht abbauen, ich bin gleich schon wieder tot. Du bist so schnell. So. Irgendwie nicht da, ne? Nö. Ich glaube, der ist noch unbekannte Zeit verstorben. Hey, der drüben auf dem Turm ist noch nicht. Alter, es sind so fucking viele. Alter, ich habe nur ein halbes Leben. Halbes Leben, halbes Leben, halbes Leben. Ich merke es. Könnt ihr mich teleportieren? Ach, zwar möglichst schnell. Ne, ich nicht. Mein Schild geht gerade kaputt. Ja und? Genau, wenn du dich hier auf Single-Abenteuer begibst, musst du damit rechnen zu sterben. Perfekt. Genau so. Hey, ich habe einen Friedhof gefunden. Wo seid ihr denn? Leute, wo seid... Wollt ihr mich veräppeln? Ihr seid schon wieder bei einer anderen Festung? Nein! Da, wo wir gesagt haben, dass wir sind. Du kannst nicht sagen, dass das jetzt nicht westlich ist. Was? What? Wo war ich denn dann schon wieder? Scheiß-Walker-Ache. Ah, der ist... Der ist, glaube ich, weg. Leider. Der ist beim Meckis oder so. Aber ich mag den doch kaputt hauen. Hm. Ist mir voll beleidigt. Der hat Angst gekriegt, weil wir so gut zusammengearbeitet haben, ne? Wahrscheinlich. Au. Ah, nein, jetzt hab ich den Bär geschlagen, das wollte ich doch gar nicht. Wo ist er denn? Also... Hier unten. Oh, da wäre. Knapp, ich hab halbes Leben. Da. Wo seid ihr? Weg. Schnell weg hier. Wie halbes Leben, du hast nur noch ein Leben. Ich weiß. Das haut er gleich mal ab. Ja, ich muss doch mein Zeug safen. Gut, dann fliegen wir dir halt nach. Es legt. Ja. Wenn so viele Gott nicht... Wenn wir hier alle so durch die Gegend fliegen, ne? Oh, hier ist es auch falsch. Hä, wo war ich denn dann? Ich würd zwar lieber jetzt hier die untere Festung machen mit dem Holzdach, aber... Ja, dann geht da mal hin, weil... Das könnte auch... Okay. Ja, das war aber nicht die, wo ich war. Meinst du? Sagst du nur so. Ballas nimmst du auf? Ach, da oben. Ja, dann werden die ganzen Abenteuer nur von uns gezeigt. Also... Keiner sieht die Abenteuer. Immer nur, wie Tobi stirbt. Ja. Weil ich bei euch immer verlassen werde hier. Der Stab ist schon wieder halb aufgebraucht. Feiger Hund. Boah, wenn du den so exzessiv nutzt. Ja, damit ich hier mein Zeug saufen kann. Hier ist aber auch irgendwie gar niemand. Gar kein... Ja, hier bin ich gestorben. Alter, wie viele Pfeile hier sind. Da ist ne Kiste. Du kannst ne Kiste holen. Okay, ich bin da. Warte. Au. Die haben mich weiter runter geschubst. Ganz nervös. Irgendwie ist nicht viel von meinem Zeug übrig geblieben. Ich weiß nur nicht warum. Warte mal. Hier, 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 hier. Hier. Hier ist ne Uhr drin. Brauchen wir ne Uhr? Ne. Ein Äpfel. Möchten Sie zwei gelbe Bananen? Sagen Sie jetzt Apfel. Was? Keine Ahnung. Was sind die TV-Sendungen, die Ballas die ganze Zeit guckt? Die Werbung. Werbung. Ja, Dauerwerbung. Dauerwerbung. Ja. Okay, jetzt bin ich wieder nur auf Level 20. Naja. Also hier sind so viele Archer, ne? Ja, spinni. Hat mir ein Ender-Spot. Wie war alles? Warte, wo seid ihr denn jetzt schon wieder? Ihr seid da irgendwie ganz unten. Da. Ja. Praktisch genau hier. Gucken wir bald, wie weit mich mein Electronic Staff noch bringt. Und danach muss ich den Rest laufen. Schau mal, du kannst auch reinschießen, ne? Oh ja, es geht so schnell über alles. Ja, ich hab noch ein bisschen Kabelstock, ne? Aha, wer ist das? Äh, ja. Es kann nur der Admin sein. Ähm. Ja, wir haben grad ne Aufnahme. Ähm. Ballas, würd ich mal fragen, was du spielst. Okay, wir unterbrechen mal eben. Ja. Da sind wir auch wieder zurück. Da war grad der Admin da. Oder jetzt ist er grad erst gegangen, besser gesagt. Ähm. Geh weiter. Ich hab die Aufnahme unterbrochen, bin aber währenddessen weitergelaufen, weil das wär ja sowieso nur unspektakulär gewesen. Ich bin jetzt an der Festung, wo sie hoffentlich sind. Nö. Nö. Wahrscheinlich. Ich hab auch mein Zeug, aber das habt ihr ja gesehen. Nicht gut, oder? Die Ausbildung hier. Also irgendwie mau, ja. Sag mal, sei ich dir durch den Eingang gelaufen? Sagen wir ja oder sagen wir nein? Wenn ja, dann bin ich schon wieder woanders. Wenn nein, dann ist es okay. Wir sind grad irgendwo im Keller. Wir sind noch nicht mehr in dem Ding drinnen. Oh, toll. Das heißt, ich kämpfe jetzt hier mal wieder allein. In der Festung mit dem Holster. Wir sind gleich da. Okay. Das ist ja sehr schön. Jetzt ist mein Inventar schon wieder voll. Wir sind einfach nur Stimmen hier die ganze Zeit. Ey, du bist aber bei uns. Ja, sag ich ja. Ah, Spinne. Spinne. Au. Au. Das lag grad ganz bisschen. Ja, ich hab die Difficult jetzt endlich mal auf normal gestellt. Dann schauen wir mal. Dann sterbe ich jetzt dann noch öfter. Alter, was ist hier denn? Kommt, Leute. Trefft mich an. Trefft mich an. Trefft mich an. Genau, trefft ihn an. Ich hab zwei davon. Mach den kaputt. Hab ich ja eigentlich jetzt kaputt. Und fuck, da rennt er auch noch durch, ne? Giant Turtle! Giant was? Turtle. Eine riesen, eine riesen Schildkürte. Da hinten drin. Ja. Mag ich hin. Hab ich noch nie gesehen. Hier. Turtle. Aua. Geil. Au. Irgendwas haut mich. Ich sterbe. Ich will nicht sterben. Sterben ist doof. Alter, was will das Ding von mir? Hau ab hier. Ich hol dich. Ich rette dich. Ich hab nicht viel Schaden gekriegt, aber es hat weh getan. Wo bist du? Seh ich? Au. Das Ding ist ein. Das ist Namit ein. Hallo. Hier bin ich. Hallo. Komm. Es ist Namit. Ich hab mal was gegessen. Geht's mir besser. Hey. Alter, ich wurde gegen Namit. Ich hab keinen Bock gegen Namit zu sein. Au. Ich wurde eins hoch teleportiert. Und am besten hier einfach einmal zack zack durch. Das hätte ich von innen auch anderen gegriffen. Sehr gut. Acht. Alter, die Kugeln sind richtig geil. Hast du ein bisschen? Alter, ich krieg voll viel Damage, weil du es auf Normal gestellt hast. Hast du ein bisschen Cobblestone für mich? Warte. Ähm. Ne. Das ist vielleicht dieses Cobblestone. Was kommt? Das Nami-Ding hier an. Ja, weißt du was? Stipp, stipps bitte. Oh. Sie hat sich reingezogen. Au. Sie brennt. Sie brennt. Ja, weil ich sie gerade angefackelt hab. Ah. Komm schon, stipp. Nein, wieso teleportiert sie immer mich? Egal, ich hab hier ein Loch gegraben, damit ich hier direkt wieder runterkomme. Alter, sie wird ge... Sie heilt sich, sie heilt sich. Tot. Was hast du getroppt? Keine Ahnung. Ich hab nichts Tolles von ihr. Ich hab immer besser. Hier auch nix. Iron Dagger mit Smite. Wat eine. Ich hab nur meinen... Ich hab nur den Goldblock rausgeholt. Ich lagere mal was ein so. Ein paar Knochen. Aluminium. Aha. Und jetzt mach ich das sinnvollste, was es gibt, wenn es hier so eine Aufstellung gibt. Ich klau mir die ganzen Pfeile. Alter. Das sind... In jedem Fall sind fast... Alter, wie viele Pfeile sind denn hier drin? Ich mach mir nen ganzen Pfeilerrucksack. Hat jemand Rucksack für mich, der leer ist? Big Sense. Ich mach nen Pfeilerrucksack. Für uns alle. Warte. Und den trägst du mit dir durch die Gegend? Alter, wenn ich auf eine Druckplatte komme, schießt jeder einen Pfeil. Punkt. Au. Leer. 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 Danke. Danke. Hat noch irgendwer nen Rucksack jetzt? Ja, aber meiner... Ich bin jetzt komplett voll mit Pfeilen, ne? Ich glaub ich hab hier nen leeren großen Rucksack sogar. Oh ja. Ich bräuchte nen... Ich bräuchte nen kleinen noch. So nen großen hab ich auch, aber da passen die Pfeile nicht rein. Alter, viele das hier sind. Da passen keine Pfeile? Na? Ja, ne. Die meine nicht mehr. Das ist voll genial. So warte. Irgendeinen. Rucksack liegt am Boden, ne? So. Irgendeinen von deinen Tausenden. Also ich hab kein Platz... Ich hab Turtlescale, okay. Das hat sie getroppt. Was kannst du draus machen? Keine Ahnung. So. Das passt, ist ein weißer. Big Sensor. Bestimmne Turtle Rüstung oder so. Ah ja. Das ist ja hier leer, ne? Hey. Keine Kiste hier drin. Was ist da los? Hier ist die Speisekammer. Nein, gegenüber ist die Speisekammer. Äh, hier ist der Fressraum. Ja, hier ist die Speisekammer. Hier sind die Truhen da drin, ne? Wo das Fressen drin ist. Ja, gegenüber. Ne, ich hab... Das Fresszeug hab ich grad leer gelootet. Hier ist die Küche. Gegenüber ist auch nochmal ganz viel Fresszeug. So. Ich schmeiß mal hier ein bisschen was in den Ofen. Äh, der Pfeilerrucksack ist voll. Ja. Aber das hat sich... Das haben wir auf jeden Fall für immer genug Pfeile. Alter, ich bin hier ganz hochgelaufen aus Versehen. Wollte ich gar nicht. Wenn ihr nochmal einen Rucksack habt, können wir den voll machen, ja. Ne, ich glaub, wir brauchen wir gar nicht. Ist denn noch zufällig jemand unten in der Küche? Ja, sehr gut. Ich brauch nämlich Leben. Äh, es ist dabei. Dann greifen die gleich dich an. Was? Und nicht mich. Mich? Nein. Ist doch schön, wenn sie mich angreifen. Nein, Balas. Schmackgegner. Da ist auch ein Kuchen. Ich hab hier extra für euch einen Kuchen gebacken, ne? Oh ja, bang. Bitte. Also Zweischel. Aber ich hab grad leider gar keinen Hunger auf Kuchen. Also ich hab eigentlich gar keinen Bock auf Kuchen. Da brennt was, da brennt was. War lecker. Voll der gute Kuchen, ey. Das ist mit, äh, Kuchengeschmack. Oh nein. Doch, doch. Kuchengeschmack? Äh. Da 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 da. Au. Kuchen mit Kuchengeschmack. Ich muss sagen, du bist echt einfallsreich. Ja. Creeper. Weißt du, weißt du wie man sowas macht? Man nimmt einen Kuchen, tut einen Kuchen rein und äh, backt das ganze. Danke. Und dann erhält man Kuchengeschmack, ich glaube dir nicht. Dann erhält man einen Kuchen mit Kuchengeschmack. Ey, Mensch. Was soll das du wie? Was ich? Ja. Du. Ich hab dich einmal aus Versehen erwischt, weil du mir in der Welt an den Schlag reingerannt bist. Da kann ich jetzt ja wohl nichts für. Wie oft bin ich schon in deinen Schlag reingerannt? Tötet ihr euch hier gegenseitig? Nein, ich sterb auch grad. Ich hab sowieso, mein Inventar ist sowieso voll. Porte dich einfach zu mir. Oder zu mir? Ich bin auch hier in der Nähe. Ja, aber du hast 10 Milliarden Gegner am Hintern. Egal. Komm Fabi, teleporte dich. Ich bin doch gleich da. Warte, bleib hier. Bleib hier.